ich sagen ein Junge ein Follower nein sage ich nicht das ist unhöflich ähm mit einem sage ich jetzt mal Freund und ja wir versuchen jetzt in den ersten epischen Zonen weil er ja heute angefangen hat wie er gerade selber gesagt hat wir gucken mal gleich ich sag dir was und wenn du und wenn du das nicht eingestellt hast dann musst du das machen dass man nicht hören kann in meinem Livestream willst du das okay dann müssen wir gleich was machen ja du kannst sie ruhig haben okay dann gibt's für mich nein sowas sagst du nicht und was wenn du bald damit umgehen kannst weißt du dass du dich richtig süß anhörst gönn dir und wie du willst ein blaues darf ich das du musst das trinken du trinkst den großen weil aber aber du wirst nicht ich hab schon 50 du sollst das trinken nimm das mal ja okay ja ja nein will ich nicht danke aber ich möchte nicht ey nein dieser das muss man sich kaufen fang du darfst alles looten das ist auch toll dass ich dass ich mal höre dass jemand mein YouTube-Kanal das das nein das passt das brauchst du nimm das als am 16 als die was ich ja okay wir müssen in die Zone äh dieser Kreis ja wo gibt's Auto warte chill warte los warum kann ich okay doch in die Zone ups wo ist der Osterer ja man ja die guck ich auch ich auch ah wie toll warte 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 chill warte ich muss warte ich muss erstmal hier was machen das ist eine Mission ups crunch royal crunch royal heißt er ach yay nein ups ich hab das letzte ich hab das letzte nicht gesehen scheiße sterben wir nicht wir sind gut nö wir sterben nicht wir sterben nicht ach scheiße ich bin nicht ins portal reingekommen ups nein ich komm nicht ins portal rein kack kacke kacke geh rein Oh, fuck. Flieg du, ich komme. Nein, flieg, flieg, flieg. Ja. Warte, warte, bitte, bitte, bitte. Ich komme. Ich komme. Wo sind die? Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Die machen wir jetzt kaputt. Tommy Gun. Ich habe ein 4-Hits gegeben. 4. Brauchst du nicht. 4. 5. 5. 7. 9. 10. 10. 11. Der hat mich mit, der hat mich mit der Falle. Du kannst nichts machen. Oh mein Gott, wie gut. Los, den einen, der ist One-Shot. Los, los, los. Hier, da, da, da. Los, den, kill ihn, kill ihn, kill ihn. Unter dir, unter dir, unter dir. Unter dir. Ich glaube an dich. Ja, da. Ich glaube an dich. Oh, ich glaube an dich. Los, 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 los. Oh mein Gott. Ich möchte dich auch verkworen, bin ich gestorben. Ich bin schlecht. Nicht schlimm, nicht schlimm. Los, 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 los. Hasst du dir heute Fortnite geholt? Ach du Gott. Na klar. Dankeschön, du bist auch nett. Und wie hast du mich, und wie hast du mich auf YouTube gefunden, ne? Danke. Ich bin aber schlecht, ne? Hätte ich dir auch Waffen gegeben. Ich habe 130er Waffen. Das ist mehr als gut. Für deinen ersten Tag bist du aber schon echt gut. Und, und dann hast du deine Ma- und dann. Da können wir auch mal gleich hin. Aber bei mir nicht. Pass auf! Heteri, heteri, heteri! Unten, unten! Das, dass er noch 5 Minuten spielen. Muss er danach ins Bett. Oh, wie süß. Miii! Die Kasse ist echt süß. Mann. ein Broilers Also, du gehst auf diese PS-Taste. Auf dieses P-Zeichen. Ganz in der Mitte unten. Und dann bist du ja jetzt auf Fortnite, ne? Und dann siehst du den rechten Stick. Dann gehst du mit dem rechten Stick einmal nach oben. Nein, das ist nicht. Und dann... Achso, doch, das ist der linke, sorry. Und dann bist du jetzt auf Party. Und dann drückst du X. Und jetzt siehst du meinen Namen und deinen. So, jetzt gehst du auf Party-Einstellungen. X. Also, gehst du auf X dann bei Party-Einstellungen. Dann gehst du zulassen, dass deine Stimme geteilt wird. Und dann gehst du auf immer zulassen. X. Hast du das? Okay. Jetzt könnt ihr dich am Livestream hören. Das ist richtig. Oh, cool. Darf ich ein paar Freunde grüßen? Ja, na gerne. Aber da kannst du mich auch verlinken bei deinen Freunden. Dass sie mich dann sehen. Okay, ich grüße Paul aus meiner Klasse und meinen Bruder. Okay. Kannst du das Spiel wie du machen? Eine Frage. Ja, warte. Also, ich darf jetzt bis, äh, 15. Wie bis 15? Äh, bis... Eine Frage. Hast du diesen... Warte? Ja, ist der... Mach mich warte. Breakdown? Breakdown, was? Hast du Breakdown? Was ist das? Ja, aus dem Battle Pass. Der ganz hinten, der tanzt. Nee, den hab ich nicht. Welche Stufe bist du denn? Ich bin Stufe... Äh, warte. Ich mach mal bereit. Ja, ich bin 68. 68, ja, meine Entschuldigung. Tanzen. Okay, ich hab ne Idee. Wir können das ja so machen. Einer geht in die Stadt, der andere in die andere. Wir gehen beide in die gleiche. Und du versuchst, mich zu kennen. Okay, aber... Ich bin noch nicht extra so gut. Ich mach mich nicht so gut. Okay, du darfst nur mit diesen grauen Waffen spielen, okay? Damit ich ne Chance hab. Und darf ich ne Pump nehmen? Die hier? Äh, warte, warte, warte. Ich muss ins andere Team. Ja, okay, ich bin im anderen Team. Okay, ja. Du darfst die auch nehmen. Die Pump. Aber nur die Grüne. Darf ich, darf ich, äh... Und ich darf alle nehmen. Darf ich... Aber wenn ich baue, darfst du mich nicht runterschießen, okay? Und ohne Luthoff sammeln. Okay. Wollen wir, äh, Tilted Towers? Ja, Tilted Towers. Aber noch nicht springen, noch nicht springen. Okay, Tilted Towers, okay. Ich bin aber gut in der... Tilted Towers, nicht Tilted Towers. Ja, darf ich in dieses eine rote Haus? Du darfst hin, wo du willst. Oh, cool. Sonst, wenn ich immer mit den anderen Spielen sagen die immer, ne, wir gehen jetzt zum Beispiel dahin, nach... Das ist dusty, die Wot. Das ist scheiße. Ja, das find ich auch doof. Immer müssen die über mich bestimmen. Das ist voll böse. Ich bin voll doof. Nur weil du keinen Skin hast. Ja. Darf ich auch grüne Waffen benutzen? Mh, ja. Aber eben war das auch voll fies. Ich war so in der Runde. Und da, äh, hab ich versucht, einen aus meinem Team wiederzubeleben. Und dann ist der immer weggekrochen. Und dann, als ich weggegangen bin, hat er sich wiederbeleben lassen. Und das ist nur, weil ich keinen Skin hab, so wie du. Nein, das stimmt nicht. Aber dein Skin ist auch cool. Dein Skin ist aber auch cool. Danke. Nur weil du keinen Skin hast. Man kann, man kann doch auch bei Skins schenken, oder? Ja, dann geb ich dir einen. Oh, cool. Oh, cool. Ich hab auch mal bei meinem Kumpel gesehen, dass er so mit seinem anderen Freund gespielt hat. Ähm, und da hat mein Freund, hat er ihm gesagt, dass er stehen bleiben sollte. Und dann hat er, also in der Luft, und dann wurde er, hat er ihn in der Luft getötet, mit einer Sniper. Ohne zu zielen. Das war voll cool. Das ist krass. Und da hab ich auch total gelacht, weil das total lustig aussah, wie er auf einmal da runtergefallen ist. Okay. Ähm, ich trink grad was. Also nicht töten. Wasser. Ja, auch. Nee. Hopf. Äh, dieses, äh, hier, Fanta hab ich. Fanta. Fanta. Fanta, Mensch. Oh cool, ne Pistole. Ich hab ne Frage, ist die Pistole gut? Nein. Warte, was für ne Farbe ist die? Okay. Äh, grau. Nein. Ich geh jetzt erstmal in die Tankstelle. Die Scheiße. Ich geh ein bisschen einkaufen. Brauchst du auch was? Von der Tankstelle? Ja. Scheiße. Was denn? Gar nichts? Scheiße brauch ich zum Essen. Ah, scheiße. So, okay, jetzt ist da noch was. Oh mein Gott, richtig gute Waffe. Ich komm mal, tu dir dich besuchen hier. Wer weiß, ob ich dich töte. Nein, aber nicht töten. Oh, ne zweite coole Waffe. Ich hab, ich hab dieses blaues Blumen. Darf ich dich anhitten? Lama. Komm her, ich geb dir ein Geschenk. Warte, warte, warte. Darf ich das mal sehen? Ja, komm her. Warte mal. Okay. Warte, das will ich haben. Komm her. Oh, oh, oh. Erschreck mich doch nicht so. Hier ist das Lama. Das ist das Lama, das verdächtig. Das ist die vielleicht auch. Oh, cool. Oh, das war ja voll in der Wand drin. Brauchst du noch Schild? Nein. Soll ich mal zeigen, wie ich baue? Ja, zeig mal. Warte. Oh, mein Handy vibriert. Was? What the f... Komm mal her. Du kannst ja schnell bauen. Nein, du darfst ja mit alten Waffen spielen. Scheiße. Nein. Du bist voll gut. Ich bin nicht gut. Ich geb mir nur Mühe. Das ist toll. Buggiebomb. Nein, nein, ich tanze, ich tanze, ich tanze, ich tanze. Ah, nein. Ohne runterschießen, haben wir gesagt. Achso, ja, stimmt. Entschuldigung. Ja, jetzt töte ich dich. Ja, Entschuldigung. Ich hab 215 Schuss von mir aufgesammelt. Warte. Du bist gut. Jetzt muss ich... Okay, jetzt habe ich langsam gemacht. Ich muss jetzt ein bisschen stärker machen. Okay. Aber auch nicht zu stark. Das... Wo bist du? In deinem Po. Noch nicht, kein, nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich zieh's nicht auf dich. Nein, das war ein Not. Nein, nein. Warte, warte, warte. Brauchst du... Oh, warte. Warte, komm mal kurz her. Oh, cool. Nein, ich wollte dir was zeigen eigentlich. Ich hab so ein Lagerfeuer. Wollen wir gleich ums Lagerfeuer tanzen? Wie wenn das Lagerfeuer tanzen? Setz euch ans Lagerfeuer und fangt. Ist das Spongebob? Ja. Ich weiß, was Spongebob? Ja. Oh, cool. Das gucke ich ganz oft. Kann man sich mal gönnen, du. Hier sind Mini-Chillies. Lecker. Lecker Schmecker. Ich hab mich grad voll getrunken. Was hattet du? Siehst du grad auf mich? Bist du ganz oben? Äh, ja. Wo ist das ganz oben? Ganz oben. Ja, wo bist du denn? Sag mal. Bei den Fenstern. Bei den Glockenturmen? Ja. Ich komme zu dir, mein Freund. Nein! 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 Geh weg! Nein! Nein, geh ich nicht. Ah! Ah! Nein! 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 Ich hab dich! Mein Leben! Oh mein Gott! Richtig cool! Du bist gut, du warst! Nein! Entschuldigung! Entschuldigung! Ich wollte das nicht einsammeln. Ich bin aus Versehen rausgesprungen. Ah! Ah! Oh, du hast es ja richtig cool gebaut mit so einer Doppeltreppe. Nein! Oh toll, ich bin tot. Ich bin runtergefallen. Ich hab's gezogen. Lachst du mich aus? Nein. Das hat sich aber so angehört. Gar nicht. Nein, gar nicht. Nigger, we made it. Mimimiimi. Ey, nicht bauen! Hallo, hallo! Nein, nicht meine Sachen einsammeln! Darf ich das hier? Oh! Was? Das Lager voll... Wo sind meine Materialien? Äh, die sind noch oben. Nein. Doch, die... Ich schließe dich nicht ab. Warte, komm! Das war nur ein Spaßschuss. Du kannst bauen wie meinen Arsch, alter! Deinen Arsch kann bauen? Wusste ich gar nicht. Guck! Hier! Komm her! Da vorne liegt das. Guck da! Ach, schön! Äh! Du Arsch! Du Arsch! Ein Mann! Ah, bitch, bitch! Nein! Nein! 28 Leben! 28 Leben! Nein! 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 Oh Mann! Ah! Gar nicht, gar nicht! Nein! Ich habe nicht gehört, ich habe nicht gerochen, mein Freund! Nein, nicht riesen! Doch, aber... Das ist voll unfair, wenn du mich riesen! Das war Spaß! Ey, wollen wir suchen unter... Wollen wir suchen unter... wollen wir suchen unter Stecken spielen? Ich bin aber... Ich bin nicht so gut. Du wollen uns auch suchen unter Stecken! Komm mal zu der Lu, dass ich dich gelle! Nein! Wollen wir suchen unter Stecken spielen? Wollen wir suchen unter Stecken spielen? Such mich mal! Komm mal da, wo du lootest und such mich! Aber nur, wenn du mich nicht tötest! Ich töte dich auch nicht! Kommst du? Ja, ich versuche es! Pass auf! Scheiße! Komm doch! Ich mach dir nix! Ich seh dich doch! Da bist du! Komm her! Oh! Nein! Nicht auf mich schießen! Doch! Nein! Du bist voll böse! Nein, das bin ich nicht! Ich heiß... Ah! Sonate! Nein! Ich hab keine Position mehr! Komm her! Nein! Nein! Okay, ein Spitzacken! Komm! Spitzacken! Wtf! Hmm Ah Ah Nein Ah Pussy Ah Ja Wie viel RP hast du? Du leuchst durch mein Loot Sechs Ja, aber das ist mein Loot Haha Jetzt wirst du noch sehen, du Bauer Ups Bin ich geil? Ja, ne, ich weiß Hallo? 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 Nein, 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 nicht in Aldi gehen Wieso nicht in Aldi? Weil wir hier feiten müssen Ich will aber einkaufen Ne, das einkaufen machst du später Aldi geht voran Aldi geht nicht voran Nein, 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 ich mein feiten geht voran Ne Einkaufen Oh, ich darf nicht mehr gleich Oh, cool, trinken Warum darfst du nicht mehr? Weil das gleich 15 nach 20 ist Muss man dann schlafen gehen Ne, nur nicht schlafen, aber dann muss ich Dings hier aufhören Frag doch noch Frag doch noch, ob du ein bisschen spielen darfst Hab ich eben schon Das war das letzte Bist du? Bist du Russe? Nein Bist du Deutsche? Ja Aha, wo bist du? Weg Ich hab gesagt nicht in Aldi Ich bin nicht in Aldi Bist du noch in Tilted? Bist du noch in Tilted? Ja, ich bin noch in Tilted Du lügst Und wo, oder? Nein, du ich nicht Lügner Lügner haben lange Nasen Ich hab aber eine stumpfe Nase Aha Ach du Scheiße Ops Meine Mama sagt Lügen darf man nicht sagen Nee Ah, ich hab eine goldene Ska Du weißt schon, dass wir noch online sind Wer? Und du deswegen nicht so ein Schwergestand Okay, ich muss ausmachen Hast du mir ne Freundschaftsanfrage geschickt, dass wir morgen wieder spielen können, alter? Hm, noch nicht Mach ich jetzt noch Nicht töten, ich muss dir was zeigen Ich bin Warte mal, warte mal Nicht töten, wenn du mich siehst Also ich werf mit Granaten gerade rum Nicht töten, wenn du mich siehst, bitte Siehst du mich? Wo bist du? Darf hier gerade rum, beim Turm Okay, warte, ich muss gleich ausmachen Ja, ich zerstöre gerade den Turm Mit Granaten Oh, bist du schnell Ich muss aufhören Ah, da bist du Komm runter Guck, guck mich mal an Ey, nicht schießen Ich hab gesagt, nicht schießen Das ist voll unfair Na, nimm diese Und die Guck Ah Ey, Bubi, ich weiß, dass mein Freund nie gerätzt Ah Ah Oh, ich hab dich getroffen Du Arsch Ich schwöre, du bist gut, du lügst Nein, ich bin nicht gut Nein, ich bin nicht gut Sonst werde ich ja ein höheres Level Guck schon wieder, hast du mich fast getroffen Oh gut, die will ich haben Ist diese, äh, Handplanung nicht gut? Nein, ich hab mich getroffen Ah, gar nicht, gar nicht Ah Hanspeter Moin Moini Moin 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 sind Moin Was? Okay, ich muss jetzt aufhören Warte, ich schick dir nochmal eine Freundschaftsanfrage und dann geh ich raus, okay? Lass morgen wieder spielen, du bist echt nett Hast du gerade erst gesagt? Ähm, nein Hab ich nicht Warte Doch, das hab ich gehört Hä? Wir sind schon Freunde Doch, wir sind Freunde Können wir auch bleiben Okay Ja, gut Bubi, okay Ich hab eine Frage Wiege Hast du noch so einen Sprung-Ding Wir wollten die doch heute einen epischen machen Ich kann die mit meinen Kann ich Ja, machen wir morgen Hast du Oh, cool Hast du diesen, äh, schwarzen Ritter Ja, Bubi Ja, Bubi Bubi, können wir Bubi, warte kurz Ich sag kurz mein Freund was Bubi, können wir morgen den hier einen epischen Sieg machen, weil Der hat auf meinem YouTube-Kanal vorbeigeschaut und er will einen epischen Schreib in meinen Chat, ob du mit mir den morgen einen epischen holen kannst Weil er sich mega auf einen epischen freuen Und er darf nicht so lange spielen Guck, ich hab keine Skule Spray, das hast du nicht Guck Ey, mach das weg Nein Tschüss Spray Tschüss Spray Hast du noch diese Sprung-Dinger? 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 Nein 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 Ich bin tot Ja, mein Freund hat gesagt, äh, ähm, äh also ich und er machen dir morgen ein epischen Team Ah Tschüss Drei Ich muss aufhören, ich muss aufhören Okay Tschüss Ähm, äh, äh, Bubi Wenn du jetzt irgendwie mit mir spielen willst oder so, dann sag Bescheid Also schreib mir einfach dann bei Livestream. Oh mein Gott, ich schwöre so, ich schwöre, so ein kleiner süßer Junge, der ist so süß, ne, guck mal, weißt du? Warte, ich komme gleich, warte, ich komme gleich, warte, hört ihr an, hört ihr zu? Guck mal, so ein kleines Kind, sag mir so, hallo, kannst du mir ein Epischen machen? Ich so, hä, ich sag so, hä, woher kennst du mich? Hat er geschrieben, ich hab so irgendwas auf YouTube geklickt und dann hab ich dich gesehen und da hab ich angeguckt dich. Und dann hab ich dich abonniert und jetzt hab ich, weil ich dich fragen, ob du mit mir ein Epischen machen darfst. Dann sag ich ja gerne, aber der hatte einfach nur, nur, der durfte einfach nur 10 Minuten spielen, weil er davor schon so 2, 3, 4 Stunden gespielt hat. Der ist richtig süß. Mit dem muss ich morgen, äh, Epischen machen mit meinem anderen Freund, ich und er. Also, ich und mein Freund machen ihn morgen in Ebelschnee, könnt ruhig mitmachen, einer von euch. Der ist richtig süß. Erzähl. Der war 10 Jahre alt und der hat doch nur süße Stürmer, Alter, na, guck mal, mein Livestream. Spielt die Spielwiese? Lass mal Spielwiese zu viert. Ich will mal Andi und Daniel gegeneinander spielen sehen. Oh, ich werd an die Ficken, glaub ich. Er sagt schon, ne Vorauss, ich, äh, anstatt er sagt, so, war der ja schon zu verkacken? Nein. Akari! Die Ficken. Ah, das sah mit nichts zu tun. Glaub mir, er ist schlecht, Digga. Wer? Wann, du Durste? Sogar ich hab ihn zerstört. Ja, da hat mein Internet gelegt und du Lerndrom gegen mich gespielt. Ja, mein deutsches Is, Alter. Nein, das ist scheinbar. Abonniert dich mal, ihr Mensch, sonst gibt's Backpfeifen links, rechts, rechts, um unten. Nimmst du immer noch auf? Na klar, Bruder. An alle Zuschauer. Daniel ist ein Bastard. Ah! Du kleiner Huren. Wie bitte? Wenn ich dich morgen sehe, Junge. Schöpferdach. Bruder, wir haben bei uns jungen Spiele, du kleiner Piech. Und trotzdem seh ich dich morgen. Ey, ey, Andi, abonnier mich mal. Und, äh, und, äh, großes D, dann kleingeschrieben, also Daniel, wie man's schreibt, Leerzeichen, Nitev, großes M, dann kleingeschrieben. Und abonnier mich und Glocke aktivieren. Und ich mach grad live, du kannst jemanden grüßen. Die Friste, wen soll ich? Ey, Jason, ne? So ein kleiner, junger Alter, das ist so süß. Ich auch nicht. Ja, okay. Alter, Alter, Alter. Euer Arschalter, dieser Akklauser. Oh, du kannst reden. Max, du musst viel reden jetzt und kommunizieren mit dem Bastard da. Ey, ist, äh, ey, Max, bist du in KDS? Wer ist bei mir in der Klasse? Ey, wir gehen Team 4. Ja, komm wieder. Komm wieder, ich steck dir so Bum. Leute, hör zu, wir machen ohne Loot-Aufsammeln, ohne Runterschießen, ohne Rocketdunters und so Sachen Spam. Bist du dumm? Are you gay, bitch? Bist du dumm? Andi, komm bei mir rein jetzt, sonst kriegst du Bug 5. Ich schwöre, du kriegst so off-small. Nein. Oder? Hello, ladies, maaah. Wer ist bei mir? Tschüss, Daniel. Guck mal, Daniel sagt, es geht schon nicht los. Andi hat gefragt, Andi hat gesagt, geht schon los, habe ich gesagt. Ja, Digga, ich habe manchmal eine Waffe. Chillt doch mal, es geht noch nicht los. Digga, Daniel, du bist so ein ehrelotter Arschalter, du frägst Digga. Ich fragt, ich habe noch nicht mal eine Waffe, Alter. Hey, Max, wenn du, wenn, wenn jemand mit dir Stress macht, äh, hier, dann sag mir, da komme ich. Guck mal, guck mal, guck mal an hier. Ich stimm dir jetzt. Komm, Andi, wie stimm dir jetzt? Nein, bitte nicht! Kleine Karpel. Sag, das mal so richtig kanackig aus. Guck, büh. Ja, nee, nicht so. Guck, büh. Armer, armer, der Armer, wenn ich halt getreibe. Ah, so, so sagt der ja. Guck, büh. Dieser Moment, wenn man morgen ein Bundesjugendspiel hat. Ja. Oh, Digga, gut. Digga, ich brauche nur, ich brauche, ey, ich, für eine Ehren, für eine Ehren, ey, ich brauche für eine Ehrenurkunde einfach nur 722 Punkte, weil ich 2008 geboren bin. Aber, ich habe letzt, ich bin letztes Jahr, ich bin letztes Jahr, ich habe letztes Jahr irgendwas mit tausend, äh, 400 Punkte gekriegt, in der Lenkschule. Peach. Ja, Mann. I love it, Alter. Ich frag mich, wer euch verarscht hat. Nein, Peter. Okay, every time I touch, I guess it's feeling, and every time I touch, that's where I can fly. I give you, I said I'm you. Jason, halt das, you can pull. Jetzt kommt Tiffany und tanzt hier. Oh, oh, Handykamera raus. Alles auch live schön. Nicht, ach, 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 ach. Can't stop it. Doch, na klar. Und ohne runterschießen. Mein Vors,- Ich mute noch. Digga! Das großer Dank und kranked Pussy. Das kurz lange Öffningen, nur kurz die Bonserscan. Wer noch ein? die du bist gar nicht bei mir im team du erschöck da töten wir diesen grad nicht bruder mann ich weckte schnell an die welchen team bist du wo ist andy in meinem schwanz er ist bei wie heißt es main an die graus aus main graus ist ich konnte gerade gar nichts machen ich habe du bist einfach gegen die wand gelaufen du ohne nuttersammel Der magst wieder, Alter. Jason, wo bist du, hm? Oh, wo ist das? Wo? Ich hab noch nicht so ne Punk an, Digga. Wie soll ich das machen? Digga, wo bist du? Ah, ich weiß welchen. Unten am Top schon mal nicht. Ah! Wie viele Bauspass hast du, Junge? So viele, so viele ich hab. Ah! Ich kann nicht bohlen! Ah, Bruder! Ah, wer hat mich runtergeschossen? What the fuck? Ich wurde runtergeschossen. Aber niemand hat den Kill gekriegt. Nein, sonst würde es verstehen. Hallo, wo ist Max? Ach, da ist die Fälle. Better run, man! Pass auf, auf die Schmocks! Ich komme gleich. Hast du, hast du Schild für mich? Ah, ey! Daniel, 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 wo hast du den Gleiter? Daniel, wo hast du den Gleiter? Daniel, wo hast du den Gleiter? Das ist der seltenste, ne? Habe ich mir gekauft. Yes, bro. Yes, bro. Moin, Moini. Moini, wie sieht so hässlich aus, ne? Äh, wer hat runtergeschossen? Oh! Ich hab, ich hab, ich hab da abgebaut, weil ich konnte nicht durch und ich konnte auch nicht meditieren, weil es deins war. Muss los, sorry. Der kriegt den Rage. Maaah! Nimmst du nicht. Ich... In einer Rage nicht wahr? Oh ne. In Jasons Freundin. Warte mal die Fresse, Daniel, sonst komm ich gleich durch den Rage. Ich schieb dir soo den Controller in ein kleines... Ech, blöken. was du auf klo oder ist einfach so dann peter peter gasten länger alter ja ohne ehren bei mir auch ich muss einfach nur raus rechts nein es geht noch nicht los bei mir ich bin noch nicht fertig anti 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 das müssen machen müssen wir müssen zum automaten automaten oh mein gündnis ich hole auch eine wieso sprichst du kleiner Schwertelalle ohne roter schießen bauer alter du hast mich auch runter geschossen jetzt einmal heise fuhr außerdem finde ich darf man nicht vergessen ohne roter schießen kein spaß aus dieser moment wenn man kein schild hat alter max bitte nicht verlieren also jetzt bin ich übel warum singst du so viel das ich trinke tach-tach gleich ja kuck mal 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 kuck mal wann maps im u noch nicht los und dann kommt er wieder du machst mit baut hast du kleiner peach andy ich und du gegen den zwinker zwinker besten spieler der welt zwinker zwinker sorry aber das musste sein das musste sein weil der nicht alle tassen schrank ich habe auch voll viele tassen im kopf sofort wie das schild man trinkt ich habe gar kein schild mann ich sammle euer lot auf und ihr sammelt mein auf käme ne 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 ja ok ok denkst du es interessiert mich dann wäre schon ein bisschen färbend ich bin ja schlecht ja und so du gehst du gehst nur auf mich wenn ich gerade nicht beschäftigt wenn ich beschäftige ich bin ich ja sie die minis aufkommen die lagen wo ist der ja dann warte kurz habe ich mit kurzem shotgun holen warte ich muss die pistole weg machen hallo guck mal das geile ist ich kaufe mir so eine gear und auf einmal sehe ich einfach bei max lot liegt einfach ein solch ich aber nicht aber nicht zwei gegen eine warte warte kurz warte kurz warte doch warte wer macht das gegen mich ja ok ich gehörte schon wieder auf korn kann gleich mitmachen oh mein gott du hast mich so erschreckt gerade darf ich den hut aufheben nein ja komm das raus dann mache ich den andy gegen kohan und an das ist nicht mit wagen du kannst du warte wo bin ich gestorben die andy nicht runter stehen an die also alles aufkommen nein ich habe gar nichts aufgehoben außer snap moni bruder aber mir ist ich weiß nicht wo meine treppen ist umgetreten was was ist wie viel op nein ihr seid zweitig von allein Jason nein Jason mein lot liegt da du kleiner bauer hey aber wo ist mein lot dann da wo dein not war nein ich habe nur ein sniper und die genunde kleiner bauer ja aber meine anderen waffen sie sind noch da oben ja das sind meine sache ja aber hier habe ich eine heavy damit ich jetzt da oder herrlich herrliche materialien wo bist du ich gerade versuche meine sachen zu holen bitte als ob du schon waffen hast du kleiner spaß es ist so ein ehrenloser und leger behindert ach ja du hast keine waffen du kleiner spaß doch mal korn gleich du bist eine missgeburt na ja mal guck mal was soll ich meine waffen wo sind meine waffen ja gibt es sofort schritt du kleiner spaß verpiss dich doch wenn ich sage alter er sagt zu mir und er sagt zu mir ist schießt es runter es ist komplett wurde der dritte was sei mir kam es in der stadt die halbe kam es nicht kam es schlecht ab ein die gesamte gut auf alle ich bin raus zum kopf die nicht wenn er bei den nicht war bett ich habe 16er pläne fiktik ich dachte dass ich nicht gewinnen Witten, Jason, wo du gesagt hast, du gehst Aldi, hast du bestimmt Missionen gemacht, dass du weiter bist? Nein, ich höre, ich war also. Ami, Digga. Du bist so... Mist. Kann ich dann mitspielen? Ja, gerne. Ich kann nicht... Er schreibt, ich kann erst morgen. Warum ist das denn online? Wer? Arma. Er darf doch nicht unter der Woche Dummer und Goal, Alter. Ja, aber vielleicht auch heute Abend. Ja, Mann. Hallo, warte, ich lasse in den Party ein. Er kann auch wenn ich... Ich muss doch Tontauern abschließen, Bruder, komm mal gleich. Rohan. Chillt mal kurz, ich muss doch so eine Tontaube abschießen. Ja. Den war... Den nervt. Ja, okay. Chillt doch ganz kurz. Ich hab noch eine bei diesen... Putzentauern. Lass schnell Duo spielen, ich muss jemanden mit den Dings oder so töten. Ey, wenn Korn jetzt gleich nicht kommt, dann spielen wir mit Hamo. Er hat mich eingeladen. Nicht mit Hamo. Korn soll aber kommen. Korn. Hamo. Hamo. Hamo, du kleiner Missgeburt, ich will es Daniel, Alter. Nicht der Fette. Der kleine Hohan, so mit der Brille. Ja, nicht der Fettsack, so wie Daniel. Philippe. Oh, noch. Hä, Daniel, Daniel, hallo Daniel, Philippe, ist der bei uns in der Schule? Ja. Ich weiß, wer ist das, Digga? Was ist denn, der wurde gescannt, ne? Bei Erik. Hallo, Teki. Erik, Erik. Ja, der ist so frech. Ja, warte, wir sind gerade runter. Ich und Andy. Beide, komm. Tschüss, warum ist die Strecke so dreckig? Oh mein Gott, guck mal, Andy. Ah, nee, bruh, ich ja. Bei mir ist das. Ja, Digga, oh mein Gott. Ja, alle. Für was? Hamburg, hast du Battle Pass? Ich gönne dir aus, wie viele Skins hast du? Drei. Ja, ja, sechs, ich hab 32 oder so. Wollen wir dann, 32, irgendwas so, ja. Ich schwöre, ich hab schon 500 oder 600 Euro für dieses Spiel ausgegeben, frag Jason. Daniel hat mehr Geld als du in den 50 Jahren, Digga, ich schweb. So, bitte nett reden hier. Das mag ich nicht. Hallo, wir haben auch, wir ausländen träumen davon. So heftig. Ja, wir können morgen nochmal rette die Welt zocken. Haben wir, ich hab YouTube-Banner. Heute kommt so ein griechisches Kind. Kannst du mir gerne in meinen ersten Eberschen machen. Ich denke, so jung. Oh, wie süß. Ich hab mir Schraub für dich. Ich hab das Ding noch nicht mal abgeschossen. Ich hab mir Schraub für dich. Ja, ja. Liga, ja. Warte, ich mach ganz kurz noch, ähm, vielleicht, dass ich mach ganz kurz noch von, äh, lelala. Hier, 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 hier. Woche sechs, Geheimstellen, ok? Ganz kurz, chill. ich glaube ich glaube 47 oder 46 digga ich fange ich habe ich fange später als jason an und ich habe jason halt schon mehrmals überholt aber dann hat er mich überholt ja das letzte mal für mich wiederholt weil du viel geld eingesteckt hast du ja daumen auf das sind welche an die ich mach grad dieses zeit dinge nein nein woche fünf geheimnähe ja ich hab ich hab's ich hab's was dann ja nein ich habe mein handy akku leer ja warte uns schießt doch jemand ab ich hab keine meds ah ja 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 ich gebe mir die kette nein 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 das da er hinten da ist zuzure da hinten zuzure bei allen ich glaube ich glaube ab 1 warte ich muss ein bisschen schütten ja ja ich habe mich nicht wissen danke 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 ich habe drei minis ich habe drei minis kann ja auch nicht hier ich bitte digga guck mal spielt alle so du und ich will einfach solo alter ja chill ja chill wir gehen gleich zuzure zunke zunke ähm ja ich weiß doch doch auch so zunke zunke oh du scheiße ich werde einfach los haben da wo wo spielt ja alle ziehen District in dem lkw oder rein ja hier oben liegt die neue willst du willst du die neue mm ich gehe von vornherein schön aber ich höre ich höre Fester brought the space to stick. I want to take a light, but I just don't stick Ha! Sag noch mal. Bist du sicher das Ding gehört hast? Nein, warum? Nee, mit Auto, mit Auto, bei mir, bei mir, bei mir. Oh ja, oh das, äh, wer ist der denn? Maraba, waraba, who ain't those? Nanananana Maraba, waraba, who ain't those? Nanananana Ich schwöre, ich liebe diese Suppe in der Schule, sie schmecken geil Diese Suppe in der Schule, bei diesem Automatalter Diese, keine Ahnung Rechts von uns, bei N, ist noch, äh, Magnus Was hat die Drohne? Mhm Maraba, waraba, who ain't those? Soll ich mal heute scannen? Hit the music Hapin 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 Ja, oben noch das, ist noch einer Perfekt Oh mein Gott, sogar Ich auch, ich auch Oh mein Gott, sogar werden die aufgenommen Hoffentlich an die Medikette oder so Hapin Oh mein Gott, ist gerne Hapin Äh, Trommel, genau Ja, okay, okay � COVID Lauf, 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 lauf Lauf Gönn die da mir die einfach Schrift ist bitte noch einer Hast du Lagerfeuer, Hartmann, die Lagerfeuer Oh mein Gott, was nicht passiert, Digga die haben Endlast aufgebaut ich habe null ich auch haben wir uns genommen ja ja, scheiße, lass weg, lass weg nein nein nein, hör auf, hör auf du machst dich aufmerksam lass hier, lass hier hoch, guck lass hier hoch, weil hier sind Portale hier sind Portale hier sind Portale ah ne, scheiße wurden schon benutzt ich guck hier oben auf benutzt ich guck mal hier oben, was ist ja, wir müssen, wir müssen weiterlaufen ich, egal, ich baue ein paar Dings ab ja ne, ich mach Jason weißt du, dass ich jetzt noch eine Mission machen muss, mit diesem Minigun und so, you know, und dann äh, noch, also so 3, 4, 5 Runden, und dann krieg ich den skin wagner rück, äh ne rambock what the meinst du rambock what about, what about who angels take her an, wie die Hobbs genommen haben da 2 2 ja, dann spielt ihr zu dritten ich bin so chill schließe schließe zeitprüfenden ab deine Mutter ja, ich hol sie warte kurz, ich will ganz kurz 600, ne ich muss ganz kurz, ja ich komm bei euch rein um ich muss 500, äh ich hoffe, ein paar Bänder oder so können wir bitte keine Spielwiese spielen, sondern Team Mh 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 ich schwöre ich habe keinen bock auf diese bundesjugend spieler aber dafür muss ich nur 725 punkte machen bleibt nicht stehen es kommt er nur welche die wollen oh mein gott er wurde gesniped was kommt mein gott er wurde gesniped digga oh mein gott ah ja ich auch ich auch jalla warte ich stumm dich ich stumm euch ich stumm euch beide diesen lauter aus mein arsch jetzt werdet ihr gewinnen weil ihr seid mit einem pro oh ich hab den set dicke deine teammate habe ein richtig viel jetzt gegeben blau mütze oh mein gott auf die minigun das ist eine pump können sie dir hier haben wir lass ihn mir, lass ihn mir, lass ihn mir bitte ich habe keinen money mehr hammoman, wo bist du? du bist so eine missgeburt, ich schwöre wie schlecht bist du? ja, du kommst nicht mit du bist so dumm, alter dicker hammer, du können misset leh, mal spielen what the fuck, warum höre ich jason? ich habe ihn doch gestimmt, alter kommt mal raus und macht bereit Korn, mach mal bereit hast du nichts? Korni ist doch nicht so schwer Korni ist, komm, mach korni ist, kommt mal Deb und kann schist nie mit Rot korni ist, komm, mach mid wird Ich hab's gar nicht so schlecht, was du denn schickst mit sich, weil du willst, wenn du es einfassest. ha 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 was wir können das eine schlose operieren moini smart moini smatter moini smutte aber ich glaube meine arbeit menschkasse glaube also guck nicht so bei mir mit deinen hässlichen augen in meiner stadt bin hier ich weiß nicht ich weiß nicht wir kommen oh du dumme missen du dumme missen du dumme missen ah du dumme Nein, guck, wer im Pro spielt, guck! Du bist ein Opfer Ich versteh' unspaß Du misset Nein, Spaß Wer guckt mir grad auf YouTube zu, Alter? Ich frag mich das Doch Wer grad hier zuguckt, kannst du mal in den Kommentaren schreiben, wie du heißt Dankeschön Ja Digga, ich hab, ich hab, ich hab, äh, hab, äh, Videos gespeichert und dann hab ich sie vor so 3, 4, 5, keine Ahnung, Wochen, äh, hochgeladen Jetzt hab ich irgendwas mit 11 oder 12 Ach, Bubi! Ich geh kurz Wailing, dass ich, äh, Holz farmen kann Dann kann ich auch, äh, diesen Skin bekommen Mit dem Backpack Okay, das Backpack ist jetzt nicht so geil, aber Digga, was für Titel, ich geh Wailing Aber ich muss Wailing Digga, weißt du? Digga, ich borde nur Bäume ab, du kleiner Bauer, immer noch Da, weil, wenn ich Bäume abbaue, irgendwas mit 500, 600 Materialien, dann krieg ich diesen Skin, Alter Kannst du das, juckt mich? Oh, da muss ich Thron durchsuchen Ich auch Gleich Haha Ich baue einfach 650 Halt ab und dann reicht's Lass mal ein Baubattle machen Ne, Bruder, ich muss noch Launy Latsch, Thron durchsuchen Haben wir durchsucht, so keine Thron, Launy? Mein Vater ist zu Hause und ich darf eigentlich gar nicht spielen, aber ich spiel trotzdem Ja, Mann, meine, oh ja, meine Materialien sind voll Ey, Hammer, willst du mal sehen, wie ich baue? Oh, da kennst du diesen Trick schon? Guck mal Guck mal, warte Guck mal Guck mal Guckst du? Fuck, reingeschissen Meine beste Freunde ruft mich an, mein Spaß Das handelt halt wirklich meine besten Freunde Hi, E-Beams Was? Was geht? Hi Hi Warum darfst du nicht zocken? Fick 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 Was? Fick 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 Wer hat es sich kamen da? Für Die war mein Kindergarten, der hat früher mal einen Tendo mitgebracht, aber die gar nicht durfte zeig mal da ist doch was ist die ist elf glaube ich Schirin wie alt bist du? Warte kurz ey Latisha wie alt ist Schirin? Schirin ist elf ne verpiss dich Schora lasst euch mal alle sterben ja wer ist das? ich bin der Daniel Mensch der Peter der Hans Petter bin ich ist das ein Junge oder ein Mädchen? hast du das grad ernsthaft gefragt? das ist ein Junge wie sie fragt hat ist das ein Junge oder ein Mädchen? was in der Mitte? wilde hippe wiii wiii warte 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 wie warte 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 Aber mich nimmst du auch ein Latischer, ne? Die Schwester von Shirin sieht genau aus wie Shirin, ich schwöre. Die Schwester von Shirin sieht genau aus wie Shirin. Die Schwester von Shirin sieht genau aus wie Shirin. Die Schwester von Shirin sieht genau aus wie Shirin. Die Schwester von Shirin sieht genau aus wie Shirin. Die Schwester von Shirin sieht genau aus wie Shirin. Die Schwester von Shirin sieht genau aus wie Shirin. Die Schwester von Shirin sieht genau aus wie Shirin. Die Schwester von Shirin sieht genau aus wie Shirin sieht genau aus wie Shirin. gefördert okay das musst du schluss machen mutter fahren ich denke so schirin 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 das du hausarrest nein verpest dich NEIN ja schau dir zu mir leid bitte schau dir zu mir leid bitte wer ich muss so als ob du die telefonierst ist ja auch voll leicht bei deiner Lautstärke ey bitte Mann Latisha ich muss auflegen was ey Latisha schau Latisha ja einer hat quasi mit den Spielen fragt ob du dir auch ein 50-jähriges klären willst oder haben willst ja 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 nix 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 mach mal mach mal e-beams hallo wie heißt auch immer ja wirst du es wie heißt der wie heißt dein Bruder ja elion elion hast du spielwiese gemacht und spaß guck mich mal an bruder guck mal aus guck mal an wie ich aussehe guck mal ja halt die Fresse gefällt noch spaß oh mi 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 doch ihr beide gegen mich doch ihr beide gegen mich ja 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 tschüss tschüss hab ich doch sie hat nicht geantwortet hat sie auf jetzt hat sie aufgelegt nein komm du kannst dir den nicht klären der hat schon übrigens einen freund gut ja oh Okay. Wo bist du? Ah, kleiner Huhn, Alter! Ich hab grad voll Bock auf Dings, Alter, macht jetzt! Ah, ich spiel wie so. Doch ihr beide gegen mich, Alter. Halt die Frisse, werden wir jetzt sehen, du kleiner Spast! Das ist ein Reflex. Du, du... Dann mach Spielwiese, bevor dieser Spast geht. Nicht aufhören, nicht aufhören! Egal! Oh nein, Monika! Oh nein... Jason, Andy! spiel zum bisschen spiele mit den anderen ich wechsle nicht die wollen wir danach team oder spielwiese eben gerade geld ich habe mit mini gang ich schieße den abg er hat einfach nur sechs leben wie viel sterne kriegt man dafür dann habe ich rambock dann habe ich rambock was alle drei zum spiel wie rambock wie hast du rambock her was denn ja das ist das genehmigen ja dann lasst Team 3 gehen aber nicht springen nein das aber unfair ihr alle ging mit es war es ist die team 4 ihr geht ihm treu ja moment ich habe gerade trocken und es gibt ihn vier ecken team 3 gehen die macht alle ging nicht rein auf metall und ich habe es 200 wenn er team wenn er die mit zu sammeln dann sagen wir auch sein lothoff aber nicht den anderen sammeln du für mich nur weil ich habe ihnen gesagt dass man hier ich glaube ich habe metall okay wer denn erwarten nein 2 in 1 ich hab egal ich habe mir dein metall die mit dem dicker ich habe 600 egal ich nur drei stück ja sucht du die monik ist die monik ist wie weiter wie heißt du noch mal der der dies genutzt mit diese schwachtel hammer von wir haben mir fehlen genau 20 200 damit ich denkst du kannst aber scheiß auf dich also ich habe jetzt 20 mit 20 metallen nein ich habe nur ein ja ich habe mich erzählt reingeschossen nein ich habe gut ich weiß ich kann nicht bauen oder dieses spielfaktor ab ich schwöre ich habe da nur ein das tun gewährder irgendwas und da will oder unterschießen was macht haben alter was machst du was machst du ich habe da ich kann nicht ich kann nicht ich kann nicht in den tierenklenner abgefuckt abgefuckt was ich weiß nicht was ich habe das hier ich habe gar nichts egal weg wahrscheinlich ich darf dann ist da fünf hp oder kommt aus mich runter geschossen alter dicke warum habe ich warum ist das nach unten und ich brauche gleich aber verpiss dich mal ich habe schon zwei videos was machst du warte warte du bist so ein hohen so ein digga habe ich dich gekillt wurde der loot aufgesammelt hast noch habe ich dich gekillt sagt mal ehrlich nein also hat die frage ich muss mir immer du zwei biggie smith um er hat sich nicht so gut warte mit jacke getrunken verpiss dich jetzt mal ich muss materialien vermalter so staub ist die ab ich schwöre sieht man ja dass es nicht los geht ja ich habe und vier hier warum bewährst du mich damit fucking pampel ja keine einzige ich bin mir nicht mehr nicht mehr da habe ich keinen platz auf digga ja ich habe auch zwei biggies gib mir die medikits dann nimmst du den sniper weil du kannst angeblich besser sein ich weiß ja nicht wie ich gerade habe ich habe keine AR digga weil kein platz wehe ich wünsch dich hätte eine ist da ist da eine? der Katja ist connected alter ne da ist nur Sniper Dings ich weiß nicht ey soll ich nen Jumped holen für 300 hier doch was wirst du an die an die fast noch nicht auf ich bin mir da da heavy double und sagen 700 hat die fresse und wollen wir uns in schichtiger stecken da hinten bei no ist hallo hallo lasse unten im keller verstecken digga ja ich gehe ich gehe in schiff zu reinkommen da liegt ein comic an die motion ach du scheiße anstatt der baust hieber digga ich habe keine lust mehr ja kommst du kannst du mir kommt schon zu mir ich drücke alles komm doch hier her ja gib mir schon ein wenig gib mir schon ein wenig gib mir schon ein wenig komm her hier dann ist gar komm her hier 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 ich mag ein zug auf eine missgeburt wie heißt so alter hier 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 tschüss guck mal wenn jetzt sind die digga drei leute gucken zu Daniel war spiel zu ich mag einen Zug digga seinen Namen alter 8 er hat er sind jetzt in der Szenen hatte gerade eine Runde spiel diese wir gucken gerade den höchsten tryer dazu den es gibt darf ich mitspielen duo äh, Tee meint ich guck mal jetzt, jetzt wieder oh mein Gott, nein, nein, nein er hat ihn gefinisht, er hat ihn gefinisht, er hat ihn gefinisht warum denn, du hast doch verlassenes Spiel, wieso hast du doch keinen Bock so auf mich absolut komm mal, komm mal, er schießt, er schießt was für ein skin hat der? was ist schattenagenten, was ist schattenagenten? was ist schattenagenten, was ist schattenagenten? er hat schon wieder ein, er hat schon wieder ein warte, wie heißt der, wie heißt der, wie heißt der, wie heißt der? ich mach ein Zug ich mach ein, ich mach ein, ich mach ein Zug und jetzt wird er gekneit, oh mein, ich mach ein Zug was macht der? Zug wird Zug wird zug wird, zug wird zug geschrieben, ne? Z-O-G-Mindich der hat hier gar nichts Ich glaube es ist ein C-Spieler egal, das ist, das ist kein, äh ach du Scheiße 15 Kild, Digga das ist ein Hacker, stimmt Digga, wenn eine Stimme so richtig tief ist, ne dann komplett Schau leben erstmal vergraben gehen ich ich mag ein Zug ich auch ja und der ist grad online, los warte ich schreib ihn ich schreib ich schreib ihn, habt ihr grad zugeguckt das ist echt gut, willst du mal zusammen spielen groß ist ich also zum Beispiel ich mag einen Zug jetzt er lädt mich in die Party, ich geh rein bis gleich hallo ich mag einen Zug, ich hab dir eben grad zugeguckt, du bist richtig krass da nicht dann hey, what the fuck bist du ein YouTuber? ne doch ich bin kein YouTuber, ne ne und du hast grad 50 Kills in einer Runde du machst jede Runde um die 15, 14 Kills du machst jede Runde um die 15, 14 Kills äh früher ja jetzt nicht mehr nicht mehr nicht mehr so weil er soll ich den einen in die Party einladen, der grad gedent ist also Spieler Spieler vorschlagen der ist recht ausgeteckt, ich schwöre ja ich hab grad irgendwie keine Ahnung rum ja man, mit seinen 50 Kills pro Runde, alter ich schaue pro Runde 6, 7, 8 Kills weil dann immer so ne Misses von hinten kommt ich mach sogar YouTube und hab und, äh, bin gar nicht so gut ich hab, ich hab einen vorgeschlagen, aber den anderen hab ich glaube ich jetzt gerade nicht als Freund ich guck noch mal mhm, ich guck, ich weiß nicht ob ich hier ne Front hab jetzt denkt er sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott ja machst du pro Runde 15 oder 16 Kills? ja, meistens wird aber manchmal auch nicht, weil dann hat man auch in neuer Gruppen Pech ja machst du jede Runde, Runde ein, ein Win? nein, nein wir gehen immer fertig ja, viel, aber ist doch einfacher weil da noch mehr Noobs an, oder wie? ja fuck da eine stirbt gleich ja mal ah hat so das ich jetzt ich 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 auch. Ja, und die Band für dich. Ah, das ist. Ah, easy, brauchst du einen Slurve, komm her. Ah, du kleiner Peach. Hier ist jemand. Ja. Guck mal, die in der Party sagen, das ist bestimmt Tacker oder so, warum hat er so viele Kills, what the fuck. Die sagen, der reicht so richtig aus. Ich denke, Junge. Sind welche bei dir? Ähm, ne, ich glaube nicht. Also. Auch wenn du kein YouTuber bist, aber man kann denken, du bist ein YouTuber, wenn man deine Kiltäte hat. Ja, Renegade, ja. Hast du den auch? Ja, ja. Also, wo es noch nicht mal Fortnite Seasons gab, da. Bei der, äh, bei der ersten Season, da gab's keinen Battle Pass, es gab nur, äh, zweiter bis fünfte jetzt. Oh mein Gott, ich liebe den. Kommt der, kommt der zurück in, äh, in Dings? Spielt die Rette die Welt. Ich hab's auch, ich spiel auch. Scamst du? Ach, er hat schon sieben Kills, das hab ich alles gar nicht bemerkt. Ich hab halt so gar nicht bemerkt, wie du Kills gemacht hast. Obwohl ich die ganz, obwohl ich die ganze Zeit bei dir war. Wenn ich, wenn wir jetzt den Epischen machen, dann ist das, glaub ich, mein neunter oder zehnter Sieg in der neuen Season. Okay. Ey, die lachen bei diesem, Olive, eigentlich, diese Olive da. Test, äh, Testo-Olive, oder so. Testo-Lise? Habe ich nicht. Testen-Oliver, Oliver. Ja, was ist das mit dem? Letztend, ich soll den einladen. Achso, Testen-Oliver, das ist ein Freund von mir. Hä, der ist aber bei mir nicht online gestellt. Alter, wie heißt, äh, Oliver, ne? Ne, Testen-Oliver. Ja, bei mir ist der nicht online gestellt. Nie. Ich lasse mal ohne. Ich stream grad auch, aber es kommt grad gar keiner, weil es so spät ist, wahrscheinlich. Wie alt denkt ihr, äh, bin ich? Wie viel? Witzel. Nein, ganz falsch. Älter. Noch jünger. Wieso? Ja. Ich bin zehn. Nee, du kannst alle... Wer ich? Okay. Sechzehn oder siebzehn. Ja. Sag's noch mal. Achtzehn. Ja. Wasser verkaufen? Und wie lang spielt ihr schon fort? Nieder? Ich auch. Das ist echt krass, was du da grad machst. Ich will dich irgendwie nicht nennen. Ich mag einen Zug. Hört sich komisch an. Ich mag keine Züge, aber ich fahr mit denen manchmal nach Kassel. Ich sag mal, warum denn? Ich begegne hier grad Gegner. Scheiße. Was? bei mir sind gegner ich kann nicht bauen ja moin ach du scheiße ja die bespame ich hier gerade danke da kommen die mit welcher war das die kammer her ich kann die zwei minis geben ich habe noch hier komm her ich weiß was hallo heißt auf russisch ich habe ich habe ich habe hat die schule morgen hat ferien unsere ferien sind so längst rum dafür hatten wir aber zwei monate ferien wo kommt ihr aus botersfeld deutschland wo kommt ihr botten württemberg da wohnt meine tante und mein gott die sie ist wie hast du das gesehen vergewaltiger kreis und braucht jetzt ein sechsten moni wird das wort Autofahrer ist da, Alter. Siehst du Gegner? Ja, ich bin deutlich. Oh. Kann es sein, dass wir gesniped werden? Denton ist ein richtig heftiger Fight hinter uns. Warte, ich baue hoch. Warte, warte, warte. Ja, da könnt ihr auch einfach... Ja, hier. Unterwissen, auf den Riesenkollegen. Kommt ihr? Bläh. Ich habe absolut reingeschissen. Da will jemand von der Seite. Hab ihn. Warte, warte. Nice. Nice. Ich seh sie. Wo? Warte. Ja ich komm mit. Warte ich. Warte ich. Ich kann dir zwei Minis droppen. Ja. Ja ich bin. Ja ich bin. Ja ich bin. Ja ich bin. Ja die Minis. Hinter dir. Ja, hinter dir noch. Noch zwei Stück. Ey, der ist bei mir drin! WTF? Zwei haben uns einfach geholt, scheiße. Richtig gute Runde. Wie verletzt du? Elf. Elf, ja. Noch... Wer? Du. D- ...er? Stufe 42, ich komme ein Sternstufe 42. es ist die Schilder erkennt dass es zu Zug wenn ich jetzt einfach zu können und sonst sieben 20 Ja, fast 30. Ich weiß, ich hab 27 oder 28. Wohin? Okay, das ist jetzt. Hier, okay. Äh, ja. Komm gleich. Jo. Привет heißt auch Hallu, ne? Ja. Wer? So you're a guy, get. How you love it, dude. Better than you, better, better than you. Me is so high. Oh my god. Wie kann sie das so machen? Ich krieg mein Leben, Alter. Jawohl. Warum kommt er nicht zum Tafi? Wer? Der. Ernsthaft. Ich hab ihn nicht als Freund. Ich kann ihn nicht einladen. Alter, das kann doch nicht sein. Ah, scheiße. Jawoll, jawoll, jawoll Ich versuch mal Doppelpump Hier sind tausend Leute Wo? Bei mir Kommt mal her Da ist ein Busch drin, ach du Scheiße Ein Bus Hab ein Danke Hab ich auch gesehen Hat irgendetwas von euch hier für mich? Ich hab ein Verband Ich hab grad zwei Verband gefunden Verwälzt Oh, gib mir Headshot, Alter Nein, der ist vernischt Ähm Scheiße Guter Ähm, der war bei Ja, ja da Oh fuck Der ist richtige Troy Hörter, Alter Hinter dir Das War's dann nochmal wieder Ja, die läuft mal diesen Tipp Nein Ich komme gleich, ich dusche mich jetzt Also ich könnte kurz zu Tritt spielen Hab mich noch nicht geduscht Bis gleich Ja 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 Na Ja, ihr habt ihn. Ja, hier. der renegade da den und 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 ja und und ja wo 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 Untertitelung. BR 2018 Oh, Nifka. Oh. Oh, Nifka. 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 Nein, die sind hier zu dritt. Ich wollte mich gerade mit kaltem Wasser duschen, habe ich auch gemacht. Habe ich ein bisschen kalt, also lauwarm gemacht. Habe ich dann auf einmal zu kalt gemacht und bin ausgerutscht und hat mir wehgetan. Es tut mir der Hand weh. Ah, fucker. Wie groß seid ihr? Keine Ahnung. Bray, was? Ich bin wieder da. Ich weiß nicht. Bisschen, ja. Ich bin 1 Meter 60. Das ist halt meine Lehrerin. Wirst du mal einen YouTube-Kanal machen, Tug? Äh, keine Ahnung. Weißt du? Glaub nicht. Ich habe einen, aber ich bin scheiße, ich bin scheiße, aber ich habe einen, du bist gut und vielleicht wäre ein YouTube-Kanal, würde es sich lohnen. Und... Ja. Ne, ich brauche kein Geld von YouTube. Ich bin ein bisschen schaffend. Das ist einfach ein Problem. Und ich bin ein bisschen angenommen. Und ich habe einen, ich bin ein bisschen verletzt. sind bei euch welche bei mir sind welche ich werde gesandwiched das ist unfair kann man nichts gegen machen ich werde gesandwiched von drei stück einmal von der seite und ja ich bin ich bin ich bin wie viel 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Ich weiß halt nicht welchen, wer mir Glück bringt. Nein, nein, nein. Du 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 du. Bohohohohohoho. Ich kann jetzt nur dann drei Schritte auf der Fahrt finden. Ach du Scheiße. Nach vier los. Gerade läuft es gar nicht. Ne, drei Stunden. Ich verhänge mich irgendeine Serie an. Das hätte ich. Ja, aber ich kann nur zwei Sachen downloaden. Das war ein Amazon Prime. Das war ein Amazon Prime. Ich weiß nicht, ich kann da mehr dran gucken. Der ist so fake halt. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dein Karlestand gab es absolut Internet. Bei mir. Da gab es über K grupo Internet. ich komme gleich schwarzes warum lebt ihr mich die ganze zeit ein ja komm das ist ja wirklich wird mann wenn ich mich gerade ich bin gerade mit dem mit diesen ich mag einen zug des risskasse hat er eben hatte im krater konnte nicht an die kommen ich komme gleich und fliege ich und fliege ich zack fack fack Rui hier wollte ich nicht sein Prozent ich hab ich bin kurz an eure Partie wiedergegangen und dann wenn ich hier gelandet versuch so schnell zu euch zu kommen scheinlich kann ja da Ja, ja. So, mach mal wieder. Irgendwann, ich schaue es nicht. Ein Räber. Nein, nein, nein. Ich kann nicht, ich kann nicht. Herr Wieden. Nein. Licht. Immer so kurze Zeiten, alter. Kannst, kannst du froh sein, dass er mich... What the... What the fuck. Ich brauch Hilfe. Nein, fick dich! Damit kommt. Oh mein Gott, alter. Ich hätte mich einbauen wollen, alter. Danke. Damfst du grad Zug? Äh, ja. Okay. Ach du Scheiße. Der ist im Rappen. Was? 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 Du Scheiße. Hast ihn nicht gegeben? Okay. Hast du wieder gesehen, lieber Daniel? Äh, wo bist du? Achso. Warte. Ich editier dich hier rum. Ach! Ich hab keine Materialien. Ich hab noch Lagerfeuer. Leicht, leicht, leicht. Der kommt, der kommt. Der kommt, der kommt. Der zieht euch. Hast du ihn? Nee. Der ist One-Shot. Der hat mir nicht Mafi gegeben. Der ist im Shop. Der ist im Shop. Der ist gleich 90 für den Shop. Nicht mehr. Hinter dir kommt auch noch richtig. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja, da kann ich gehen. Digga. Wo ist der? Nein, der bewegt sich und will den Boden abbauen, aber schafft es nicht. Der kann gar nichts abbauen. Ich komm nicht wieder. Sein Internet laggt ja richtig. Okay. Hallo? Wer? Set sie gerade in einer Runde. Das kann sie verlassen. Okay, dann tschüss. Ich gehe mal wieder zu den anderen. Ja, ich weiß. Ich komme gleich, ich komme gleich. Ich vergesse warum Snickers selber war damals einfach nicht. Mann? Ich mache die Runde. Ich mache die Runde. Das ist normal. du 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 ich seh wir beide verpönt ich bin dead ups brr hh hh easy warum fliegst du noch hh 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 w 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 Ich habe keine Waffe Ich habe keine Waffe Ich habe keine Waffe kann gar nichts machen es kann euch gerade nicht helfen ich habe gar keine waffen kann gar nichts machen tausend leute sind bei mir ich habe noch ein minus für einen ja die kommen ja ja Okay. Hier, mit meinem Haus. Niko, ich will sein. Ja, ich will ein bisschen. Ach, die Scheiße. Absolut kein Schuss, ich treffe gar keinen Schuss. Die werden, ich glaube, die werden sterben. Okay, lass Wunders landen. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht mehr, hab ich vergessen. Ich mach noch 12.000 XP, dann hab ich den Drift. 3. Und was für ein Level bist du? 53. 53? Ja. Und ab 54 kriegt man Drift voll? Ja, ungefähr. Ich bin grad erst mal 37. Äh, 37, ja. 47. 55. 55. 50,5 oder so. Ja. 55,500, 55,500. Peepalovsky, peepalovsky. Was heißt, was heißt, was heißt, was heißt, was heißt, Biat? Scheiße. Ja, komm, das ist Faker. Ja, bin ich schon 10 Jahre lang, ich bin nicht mehr gelandet. Stimmt. Lucky Landing oder Flasch? Nee, Lucky Landing bin ich echt schon seit ein paar Monaten nicht mehr gelandet. Lucky Landing. Da lande ich fast nie. Ja, das ist scheiße. Da lande ich fast nie. Ich bin wieder da. Ach du Scheiße, was ist los? Nein, das... Ein HP hatte. Ein HP hatte. Deswegen hasse ich Fake. Genau aus diesem Grund. Ja, nie wieder. Ach, jetzt läuft's schon wieder nicht. Jetzt hängt's wieder an. Das ist ein, ganz kurier facilities. Diese Granate war 2.000 Millionen, keine Ahnung, IQ, Alter. Irgendwas mit 32. Oh, fucken. Die sind wahrscheinlich... Keine Ahnung. Reifen oder was? Ey, gerade läufts ja gar nicht alle. Alle. Ich glaub wir müssen wieder Junk Jackson landen. Oh, komm gleich. Oh, Alter, jetzt lädt mich schon um Mist ein. Wie ist das jetzt schon wieder? Komm gleich. Oh, Alter, jetzt lädt mich schon um Mist ein. Wie ist das jetzt schon wieder? Komm gleich. Ja, ich bin ein Kalbel. So sagt er, dass ich schwöre, Kalbel. Kalbel. So, sagst du das? Jungs, die kleinen Missits, kommt ihr jetzt mal? Glaub ich, glaub ich, falsch rum, Jaycee, du Opfer. Furzen? Nein, hier sind doch Farmer. Komm, ich will was. Ich muss sofort, Bruder. Gut. Ey. Gaylord. Tschüss, komm jetzt. 24 Leben, 22. Leute wollen die Playground spielen. Nö. Söhnlochen. Komm, zehn. Ach. Ey, war geschaffen. Ey, du bist mal dann auch bewegen. Ja, hallo, guck mal, wo ich schon bin. Werden. Ok, so, weh. Okay, so, weh. Ah, da kann ich mehr in den Lücken vielleicht sein. Ja, das wäre, das wäre ja nicht. Konkurse. Egal, pas auf, Schuss. Sonderkunde, ich weiß es was. Oh, 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 ätzee, bitz, tz, 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 tz. Ah, nö, tz, 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 tz. Tz, 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 tz. Wohin wird es haben wie und so die Arma und ein Fick in die Ausrufe und ein kleiner Nudelbruder weil wir finden mit der Ladegabe aus ich will jetzt gerne schreibt der Waffen dupliziert haben den Wettbewerb ja koordinien haben wir kurz hauus bau 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 warum kann ich gar nicht schreiben ne ich spür paar sekunden playstation ne? Oh ja, er fickte Jason. Schönen Tag, Jason. Schönen Tag, Jason. Schönen Tag, Jason. Gute Nacht, Jason. Ja, was machst du, Jason? Wir sind auf der Feste, Jason. Hey, Junge, warum kann ich hier nicht schreien? Hey, ich kann den Baumwolle ziehen. Junge, ich kann gar nicht streben. Und rette die Welt. An...